So, und Challenge Nummer 3. Ich denke mal, die meisten haben es geahnt, beziehungsweise befürchtet. Jetzt kombinieren wir die ganze Geschichte, Oberkörper, Unterkörper und bringen noch ein bisschen Bauch und Rücken bei der ganzen Geschichte. Das bedeutet Burpees. Ihr wisst Bescheid, hinhocken, Hände aufsetzen, abhocken, nie geschützt. Hoch und lockt einen Sprung. Denkt an euer Nachbar, wenn es nicht so viel möglich bringt, aber ganz leicht, dass er wirklich abhebt und nehmt dabei die Hände über den Kopf. Ihr könnt es gerne so gestalten, dass ihr euch hier hinlegt unten und dann über die Knie hochkommt, wenn euch die ganze Geschichte zuerst wieder anhalten und runter. So, nochmal eine Annahmung für die Leute, die die Rücken haben. Dann können sie sich das ausgleichen, indem sie stark anhocken hier. Und die, die quasi die Knie entlassen wollen, die hocken im Grunde genommen mit fast geraden Beinen an. Ansonsten wäre die Challenge 60 Minuten, so viele Burpees wie geht. Sag mal, für die Leute, die das zum ersten Mal machen, beziehungsweise nicht so stark sind bei der ganzen Geschichte. Nehmt euch immer so 5 bis 10 Burpees vor in einer Minute und macht dann 30 bis 60 Sekunden Pause und dann wieder die 5 bis 10 Burpees. Okay? Haut rein, Feuer frei.